Na super, der zschüttet wie die Sau hier. Zum Glück muss ich heute später anfangen, erst mal 18 Uhr. Von daher habe ich da erstmal nicht so ein Problem mit. Aber der Hund muss ja auch nochmal raus. Und eigentlich müsste ich auch noch einkaufen gehen, weil ich habe Hunger und muss was essen. Aber, zschüttet wie die Sau. Und wahrscheinlich steht mein Keller auch gleich wieder unter Wasser. Wobei, da ist nämlich unten Abfluss von der Decke kaputt und da regnet es dann immer durch. Und naja, zum Glück ist da nichts drin, was untergehen könnte. Gut, tschüss.